Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser will nach der Landtagswahl die anderen Landtagsparteien zu Sondierungen einladen. Am Führungsanspruch ließ er nämlich trotz der Verluste für die SPÖ keinen Zweifel. Für das Ergebnis übernehme aber er persönlich die Verantwortung und wollte sich nicht an der Performance der Bundespartei abputzen. Das ist eine Landeswahl gewesen, ich nehme dafür die volle Verantwortung. Kaiser kündigte Gespräche mit allen Parteien auf Augenhöhe an, deren Ausgang ließ er offen.